So meine Freunde, Willkommen zurück bei The Witcher. Wir stehen vor der Höhle, wo vermutlich eine Quest zu erledigen ist. Das wollen wir uns herausfinden, indem wir sie einfach mal betreten. Mal schauen, was uns hier erwartet. Was zum Henker? Was ist das? Hilfe! Los, hau das hier! Verdammt! Verdreckt doch! Aber ich mach dem gar keinen Schaden, ob ich muss umstellen. Halt, halt, halt! Immer diese... Das ist ungewohnt, ey, verdammt! Ist das richtig? Oder muss ich auch? Was soll ich das hier gehen? Ah! Okay, ich hab's rausgefunden, welche Einstellung richtig ist. Ich hab's voll vergessen, dass wir jetzt einstellen müssen. Da war ja was. Ah, der macht mir aber einen guten Schaden. Ah! Leckt euch nicht mit mir an! Ey, kann ich das dann umstellen? Ey, Moment, 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 Moment! Halt, 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 halt! Halt! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Warte! gleich mal die Axt in unsere Hand nehmen und uns um das komische Viech kümmern. Ja, das macht schla- jawoll. Ich bin irgendwie zu lahm gerade. Ey. Zu schnell. Na komm. Die ist irgendwie scheiße, die Waffe. Die ist nix. Nee. Nee, nee, nee. Die ist besser. Mit der anderen komme ich irgendwie nicht so klar. Noch nicht. Äther. Sporen. Schön. Echt, das gibt's doch nicht. Ha. Homo. Kommt die immer wieder? Du bist ... aus wie die Array. na komm schon stirbt okay 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 unterbrechen inventar wir müssen irgendwas essen trinken vitalität okay hab ich jetzt trinke ich das jetzt oder ach ich trinke oh prima ich sterb super klasse ok das darf auch mal passieren wir laden mein erster tod in the witcher tja schönes schönes örtchen um abzutreten jetzt muss ich erst noch mal was ja was ist denn hier aber was bringt mich hier richtig da kann man zwar irgendwie eine schnelltasche dass man da so eine tasche drückt geht geht wieder nicht scheiße egal wir versuchen wir versuchen es noch mal für das hier umstellen umstellen ja jetzt klappt es doch schon mal viel besser so sauber der lignese kann man so benutzen nein nichts ja jetzt sind zwei da oder wie da muss man echt aufpassen dass man hier nicht irgendwie in scheiß zusammen klickt ich glaube was ich überhaupt mache super wie viel schießen jetzt hier auch nicht nein das gibt es ja nicht ey da machte ich aber erst mal was essen ey dann fliege ich nämlich gleich wieder um wir können das spiel unterhalten und einen trank zu uns nehmen dann tu es macht er das jetzt von selbst oder ja hallo halt jetzt jetzt ja ah jetzt jetzt ein schädel questgegenstand aha wir haben es jetzt mal vermerksam jetzt muss ich vielleicht mal ein bisschen die gamma einmal ganz kurz bitte warten sollte ich die vielleicht irgendwie hier woher muss denn ah Ah. Ne ist eigentlich okay. Ja das ist hier drin halt so dunkel. Schön. Wir gehen wieder raus. Quest beendet. Wir haben es geschafft. So. Dann werden wir mal ein Feuerchen machen und uns ausruhen. Bis zum nächsten. Ne halt. Ich muss doch hier. Ich habe doch hier. Habe ich nicht hier irgendwie. Ne ich habe noch nichts gekriegt. Dann wollen wir ja nicht ausruhen. Ich habe gedacht ich bin mal gelevelt zwischendurch. Dann ist es ja wurscht. Ach ist das ein schöner Sonneuntergang. Ich sehe sie durch den Felsen durch. Ja die eine Quest haben wir ja geschafft. Jetzt müssen wir sie nur noch zurück bringen. Was? So weit? Wow. Okay. Und ich sage machen wir schon mal die andere Quest. Was können wir noch erledigen? Äh. Ja neben. Neben Quest. Haftbefehl. Darf ich den überhaupt schon rein? Ich glaube ich darf nur gar nicht rein. Okay. Dann müssen wir uns halt durcharbeiten. Gehen wir halt alles einfach durch. Was wir machen können. Ach. Gehen wir mal dahin. Weil es so schön ist. Laufen wir ein paar Kilometer. Garantiert. Irgendwas von der Nähe ist. Ja sowas zum Beispiel. Das ist doch was. Ah. Jetzt habe ich das hier. Wenn ich jetzt pausiere kann ich mit meiner Maus hier auch etwas trinken. Schöne Sache. Kann ich da noch mehr reinziehen? Ne aber. Ne geht nicht. Okay. Ja. Es wird bald dunkel. Dann kommen zu den Hexen auch ein paar Vampire wahrscheinlich raus. Nein Spaß. Äh. Haarens Haus. Lass mal sehen was hier los ist. Hallo mein Freund. Wie liegt schon im Bett. Guck mal raus hier. Erst mal ein bisschen. Blüdern. Soja nicht schlafen. Seid gegrüßt edler, edler Fremder. Ihr seid? Harenbrock. Kaufmann und Zwischenhändler. Stets zu Diensten. Was führt euch her? Hexer. Was habt ihr anzubieten? Ich nehme an, der Geistliche schickt euch. Natürlich. Natürlich. Warum glaube ich euch das nicht? Sag mal. Hast du was an den Bohnen oder was? Das ewige Feuer? Ein Geschenk des Geistlichen? Mann, ich bin ein Schnelldenker. Er braucht einen Hexer. Der Geistliche schickt mich. Er denkt, ihr braucht einen Hexer. Stimmt. Die T-T-Toten kommen nachts aus dem Fluss. Eine grauenhafte Kälte kommt vom Wasser her. Helft mir. Helft mir. Ich scheue keine Kosten. Ja, ich habe bis jetzt noch gar nichts verdient, ey. Ich helfe im Tausch gegen Informationen über die Salamandra. Und gebe noch 100 Ohrens drauf. Für meine Ausgaben. Ich habe schon gehört, dass ihr sie sucht. Die Salamandra bringen nichts als Ärger. Aber egal. Wir sind uns einig. Diese verdammten Untoten. Sie verscheuchen die Kunden und zerstören meine Kisten. Und dies ist wertvolle Verracht für einen speziellen Kunden. Wo kann ich diesen Ertrunkenen finden? Wo kann ich diese Ertrunkenen finden? Wo? Am Flussufer. Sie kriechen nach Einbruch der Dämmerung aus dem Wasser. Verstehe. Hexer. Äh, ich fand diese selbst haben Würfel. Verkauf. Was verkauft ihr denn? Ja, genau. Das ist doch... Was verkauft ihr denn? Eigentlich alles. Aber es sind... ...schwere Zeiten. Daher ist die Auswahl begrenzt. Ich habe auch keine Kohle. Der Kunde hat immer recht. Nein, hier. Zeig. Was haben wir denn hier? Schöne. Das ist wahrscheinlich die genau... Ach, wie einfallsreich. Ne, 5.15 hat meine... Oh Mann, ist das erbärmlich. Aber ein anderes Schwert. Schaden minus 20%. Gewählten Stil. Okay, das ist die von mir. Das kleine Eckstle da. Ne, das wollen wir ja nicht. Die mit dem Scheiß. Ja, aber... Das ist ja dann eigentlich... Wenn ich es nicht im Kampfstil verwenden kann, ist es ja gar nicht sinnvoll, oder? Hexer-Stahl-Schwert. Ne, dann... Belasse ich das mal lieber so. Und kaufe bei dem nichts. Ja, dann mache ich hier auch mal... ...eine kleine Pause zwischendrin. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.